Was sollte ich über Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft wissen? Sie sollten einige Dinge über Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft wissen, wenn Sie an dieser Erkrankung leiden und hoffen, schwanger zu werden. Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, die am häufigsten bei Frauen auftritt. Es verursacht typischerweise Gelenkentzündungen und Schmerzen in Händen und Füßen. Die meisten Medikamente gegen Rheumatoide Arthritis sollten während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden. Eine andere Sache zu wissen ist, dass Rheumatoide Arthritis Komplikationen und Schwierigkeiten bei der Geburt des Babys verursachen kann. Wenn Sie beabsichtigen, ein Kind zu bekommen, ist es wichtig, zuerst mit Ihrem Arzt über Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft zu sprechen. Möglicherweise muss er oder sie ihre Medikamente anpassen, insbesondere wenn sie entweder Methotrexat oder Leflunomid, Antirheumatika, einnehmen, die gegen das Fortschreiten der Krankheit wirken. Beide Medikamente können zu Geburtsfehlern führen, wenn sie eingenommen werden, während ein Paar versucht, schwanger zu werden. Geburtsfehler können auftreten, wenn ein Elternteil das Medikament während der Empfängnis einnimmt. Abhängig von der Art der Medikamente, die Sie einnehmen, müssen Sie möglicherweise Jahre im Voraus planen, bevor Sie schwanger werden können, da es eine Weile dauert, bis die Medikamente Ihren Körper vollständig verlassen. Beispielsweise kann Leflunomid bis zu zwei Jahre nach Beendigung der Einnahme Geburtsfehler verursachen. Es ist wichtig zu wissen, welche Behandlungen für Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft sicher sind. Sie können bestimmte Corticosteroide während der Schwangerschaft oder eine andere Art von Antirheuma-Medikament wie Sulfasalatin gut einnehmen. Eine andere Möglichkeit, das Risiko für den Fötus zu verringern, besteht darin, die Einnahme von Medikamenten ganz abzubrechen, während Sie versuchen, schwanger zu werden, und während der Schwangerschaft. Bei vielen Frauen mit Rheumatoide Arthritis treten während der Schwangerschaft weniger oder gar keine Symptome auf. Leider kann sich bei einigen Frauen der Zustand verschlechtern, wenn sie während der Schwangerschaft Medikamente absetzen. Während die meisten Frauen ein Kind ohne Komplikationen gebären können, bergen Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft gewisse Risiken für den Fötus. Babys, die von Frauen mit Rheumatoide Arthritis geboren werden, haben häufiger ein geringes Geburtsgewicht. Rheumatoide Arthritis kann die Chance einer Frau erhöhen, zu früh zu liefern, oder sie macht es wahrscheinlicher, dass sie während der Geburt einen Kaiserschnitt benötigt. Etwa 3% der Frauen mit Rheumatoide Arthritis können während der Schwangerschaft eine Präklampisa entwickeln, im Vergleich zu 1% aller Frauen ohne Rheumatoide Arthritis. Symptome der Präklampsi sind Bluthochdruck und Eiweiß im Urin. Es tritt typischerweise nach der 20. Schwangerschaftswoche auf und kann für Mutter und Kind sehr gefährlich sein, insbesondere wenn es zu einem frühen Zeitpunkt auftritt. Komplikationen bei der Präklampsi können Anfälle bei der Mutter, Sauerstoffmangel und Blutfluss zum Fötus und Abbruch der Plazenta sein, wenn sich die Plazenta von der Gebärmutter Wand löst.